So meine Lieben hier ist euer Mini Rinde und ich wollte euch mal zeigen wenn euer Jedi Knight Star Wars Jedi Knight Outcast nicht startet dann geht ihr einfach darauf wo installiert worden ist dann auf Steam, Steam Apps, na wo war denn da, auf Common oder Simon oder wie man das sagt dann geht ihr auf das Spiel, wo haben wir das hier, Game Data und müsst beide Echsen Eigenschaften Kompatibilität, Windows XP Service Pack 3 übernehmen, das war es schon, das hier auch und ja übernehmen und dann solltet ihr keine Probleme mehr haben, ok das war's, bis dann